Wer will sehen wie Rhino den Arsch versorgt kriegt? Ja? Dann starten wir doch gleich mal! Ich sollte dem auch ausweichen, äh, logischerweise. Aber irgendwie krieg ich das noch nicht hin. Und möglichst nicht in den Strom reinlatschen. Aber jetzt, beim letzten muss es klappen. Oder auch nicht. Okay, das ganze machen wir nochmal. Natürlich machen wir das nochmal. So. Weil Rhino hat so ne dicke Haut. Oh, das war wild. Äh, weswegen wir ihn mit normalen Schlägen nicht retten könnten. Oder nicht verletzen könnten. Ist nicht so wie in Spider-Man The Movie 2 Spiel zum Film. Alter! Okay, 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 okay. Ich hab's, ich hab's gleich. So, and the last one. Seven. Let's do it. Ja. Hehehehehe. Spider-Sense tingling. Spider-Sense tingling. Better hide. Best seat in the house. Octavius, what's he doing here? Ja, just practice himself. Please, stand back officers. Allow me. Doc Ock helping the police? Maybe he is reformed. Ock's taking care of Rhino. I need to find out what happened to Black Cat. This is a job for Peter Parker. Das sieht auch scheiße aus. Hey, wait. Cat. Cat, it's Peter. Gotta help me. They're not really paralyzed. Perfekt. Perfekt. Okay, das ist schon mal Carnage. Und Doc Ock? Oder nochmal ein anderer? Ich weiß es nicht. Ähm. Ich weiß jetzt aber auch nicht, äh, mehr was jetzt als nächstes kommt. Wie gesagt, das ist ziemlich lang her, wo ich's gespielt hab. Aber mit den Helfern stimmt auch irgendwas nicht. Enter Venom. We're back. Well, that's my story, Johnny. Looks like you're in a lot of trouble. You'll find Venom. But how? Venom is invisible to my Spider-Sense. Knowing your luck, Venom will find you. Ah, Johnny. Have faith, Spidey. Von den fantastischen Vier. Where could she be? Where could she be? Gotta find her. Got no choice. Uh oh. Where, where, where? What a wuss. Hey, want a race? Marker hates it when I get the drop on him. I hate it when he gets the drop on me. Hurry up. So. Damit ist die nächste Folge auch schon beendet. Nein. Ähm. Da war jetzt nur der Kampf gegen Rhino. Das ist ein bisschen wenig. Oder ein bisschen kürzer gewesen. Äh, deswegen. Hoppala. Hänge ich jetzt das Kapitel einfach nochmal dran. Die Folgen sind eh meistens etwas kürzer schon. Weil die einzelnen Level nicht so lang sind. Und deswegen. Oh. Äh, werde ich diese Folge einfach ein bisschen verlängern. Und ja, wir müssen, äh, ein Rennen gegen Venom machen. Und ich habe mal, ich habe halt im letzten Video gesehen auf YouTube. Gerade von diesem Rennen. Wo einer dann sich im Ende in ein Haus gegitscht hat. Ach, nein, nein. Der wusste, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Der wusste exakt, wo Venom hingeht. Und, äh. Und, äh. Genau. Und hier kann man sich da jetzt irgendwo rechts wenigstens ins Haus reinglitschen. Und sieht dann, wenn er da drin steht. Und jetzt wird der so einen Rennen. Oh. Was ist das erste Schritt, F.C.? Ist das eine Dauphine? Und jetzt ist nichts wie es ist. Oh. Und jetzt ist das jetzt mein really mattesnach. Wenn ich weiß, was das heißt, heißt... Au, 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 mein C. Ähm. Ja, auf jeden Fall wusste der exakt, wo Venom hin ist und hat sich jetzt nicht... Also, der ist, ne? Ach, egal. Vergesst es einfach. Ich schwafel wieder ein wenig. Wenn mir sowas ist, dem zum Beispiel nicht passiert, weil er halt... Oh Gott! Oh oh, das könnte schief gehen. Und das tut's auch. Wie kann der sich denn auflösen? Das ist totaler Blödsinn. Und natürlich müssen wir uns das auch nochmal angucken. Das ist immer ein bisschen blöd, dass man das alles nochmal... Angucken muss. Gut, es ist auch nicht schwer zu wissen, wo er genau hin geht, weil... Naja. Ja, ja, ja. So viele verschiedene Möglichkeiten, wo er jetzt hingeht, ist, gibt's ja nicht. Ist er relativ linear zu unterscannen? Gute an, ja, ja, ja. Nur kein Panik. Hör auf, schlafen, Junge! Komm schon, Parker. Kann ich das... Look out, lady! Oh my goodness! Weg! Out of my... Nee. Wait, nerd! Aaaaaaah! Out of my way! Wait, nerd, step, Parker! It's a doozy! Au! Head! Oh, toe, 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 au! Look out, lady! Oh my goodness! Ha, 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 ha! Na ja, sind wir durch? Wollen wir weiter? Oh, sorry, lady. Didn't see your thing. Wie hast du nicht gesehen? Hopp. Na? Oh, 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 nein! So, ich glaube, jetzt... Genau, er wartet ja immer an bestimmten Punkten auf uns. Früher habe ich den Bus verloren, weil ich halt komplett in die... in der auf... ähm... komplett falsche Richtung. Auf der komplett anderen Seite der Gebäude. Ha! Ha, 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 ha! Ja, mit Zunge! Heh, heh, heh! Ne, hein, hein, hein. Sehr gut. Where'd Spyderwush go? Spyderwush! Come out and play! Come out and play! Okay! Okay, da muss ich jetzt erst mal gucken. Wie kann der sich denn... Ah, da ist er. Oh, nein! Geh weg von mir! Ich muss sagen, die Kamera ist manchmal nicht scheiße. Und ich weiß nicht, wie ich die Kamera drehen kann. Geh zu Papa! Nein! Der ist die! Oh, nein! Ich hätte mir jetzt noch mal eins auf die Fresse hauen können. Jetzt natürlich nicht mehr. Voll Fresse! Und er verschwindet in die Kanalisation, das weiß ich noch. Und natürlich hat New York sehr, sehr tiefe Kanalisation. Wenn man sich das mal bedenkt, ne? Geht ganz weit runter. Ganz viele Leute machen ganz, ganz viel Kaka. Braucht mal viel, viel Platz. Tiefe, tiefe Kanalisation. So. Äh, ja. Perfekt. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihm jetzt nicht unbedingt gesagt, dass das meine Frau ist. Aber, äh... Äh... Ach, komm schon. Alter! 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 Aber, wenn er weiß, dass wir Peter Parker sind... Diese Leute müssen von einem von den Experimenten verlassen werden. Sieht so, dass der einzige Weg durch die Kavern ist, wenn Sie zu diesen Pipen fliegen. Ich dachte, war hier nicht irgendwo auch ein Comic-Heft? Ich hätte schwören können, hier unten war... Hier war... Oder nicht hier unten, aber hier irgendwo war ein Comic-Heft. Weiß ich nicht. Egal. Oh! Nein! Uh, Glück gehabt. Ich wollte... Eigentlich wollte ich das goldene Spinnensymbol. Oh, warte, das habe ich das schon. Hm, möglich. Egal. Oh! I'm sorry, guys. Am I late for the party? I'm sorry, guys. Oh! Du spuckst Zäure, ich spucke Spinnensymbol. Aber du kannst... Open this door! Who is it? Will er mich verarschen? I should probably swing to the next Pipes using my L1 Targeting Mode. I should probably swing to the next Pipes using my L1 Targeting Mode. Richtig. Deswegen hatte ich das vorher, weil ich dachte eigentlich, das kommt jetzt schon. Aber nein. Das muss ich erst jetzt machen. Halt... Äh... Da. Drehdisch, Drehdisch, guck nach oben, guck nach oben. Da war eine Böhre, was ist da? Okay, die ist leer. Ähm... Wir müssen da hin. Wupp! Und dann müssen wir quasi... Da hin, aber das... Klappt von der Position aus natürlich nicht. Scheiß invertierte Steuerung hier. So. Gleich hin muss, Leute. Gleich hin muss. Einmal drum rum. Und... Dahin. Und hopp! Einmal drum rum. Und... Dahin. Und... Dreh nicht aus! Und da sind wir nichts... Ja, ja, ja. Äh, ne, das brauchen wir jetzt nicht speichern. Das Kapitel ist nämlich glaub ich noch nicht zu zeigen. Achso, muss ich jetzt... Ah, Gott, Gott. Oh, bleib drauf, bleib drauf. Alter. Okay, ich muss quasi einfach nur überleben. Bis... Uah, auf dem Zug bleiben. Bis... Oh Gott, oh Gott, das wird knapp. Ich darf mich nicht zum Zug schmeißen lassen, was bei der komischen Kamerasteuerung schwieriger ist, als man denkt. Okay, ich muss das einfach nur aufhalten lassen. Ich werde nicht mehr ausprobieren, wenn ich sie vom Kassen beim Kassen wiederholeße. Ah, ich werde nicht noch mehr ausprobieren. Da, ich kann nicht mehr ausprobieren, denn ich werden nicht mehr ausprobieren. Ja, das ist wirklich echt. Na, komm ja. Oh oh. Ich probier's mal mit der Taktik, ich kringel mich ein. Soll'n die nur kommen? Könnte vielleicht sogar hinhauen. Ich hab' noch 6 Kaps. Bis zum nächsten... ...und das platzen. Dauert noch. Aber es könnte klappen. Ah, sehr gut. Kann zwar ein bisschen lame sein, aber... ...zu speichere ich Energie. Die Echsenkriege sind kacke. Achtung. Boom. Oh mein Gott. So, ich muss die zwei noch platz machen und dann dürfte ich's geschafft haben. Genau. Sehr gut. Mhahaha. Oh nein! Du musst dich für uns fallen fallen, Parker! Wo bin ich denn jetzt? Das Kapitel geht doch etwas länger. Aber nein, ich bereue es nicht, dass ich Rhino vorne dran gehängt habe. Das war wirklich ein bisschen billig. Na komm her! Und BAM! Voll auf die Fresse! Seine liebe Exe geht um! Einmal muss man ein bisschen gucken, nicht dass ich hier irgendwelche Items übersehe. Ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, muss ich jetzt da bleiben? Das scheint sogar. Alter, wenn die mal auf war. Na komm her! Hey! Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung. Nee, oder doch? Ich glaube nicht. Wie ich hier bin? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Was haben wir hier? Dass war fies! Hup! Ich bin ein bisschen nervig. Weil mich jetzt ja auch interessiert, was auf der anderen Seite ist! Wenn ich den Yakkan und dringelang gelaufen wäre! Was haben wir hier? Ich hab das gewinnen. Ach nee. Ach, war da. Eigentlich wollte ich meine Spiegelprobleme machen. aber er macht sie nicht mehr naja gut wir könnten jetzt zumindest mal hier lang wenn ich manchmal etwas zu laut sprechen sollte tut es mir leid ich weiß bloß nicht ob man mich immer hört das Wasser ist jetzt zum Beispiel bei mir wieder sehr sehr laut das könnte ja sein dass man mich dadurch nicht hört deswegen rede ich an solchen Stellen immer etwas lauter so das gleiche momentchen nochmal und hoch na jetzt machst du das so will ich jetzt da gar nicht du Pfeife nimm die Energie mit ähm wo war das jetzt ich folge einfach dem Pfeil hier runter ja tatsächlich ich muss mal kurz Pause so ich probiere mal ob es jetzt besser ist ähm ach jetzt ist es hier zu natürlich ist es hier zu ich weiß nicht woran es liegt aber passt geht wieder äh genau genau hier an der Stelle speicher ich kurz und das wird eine sehr lange Folge äh genau hier an der Stelle ja ah Keine Problemchen. Die eigentlich gar keine sind, außer zu schmucken mit Ekelhafter. Aua. Wie kommen denn noch solche? Na ja. Ah, auf der anderen Seite natürlich. Na komm, ja. Na gut. Ohne ins Wasser zu fallen, Spidey. Hallo. Spucken ist eklig, mein Mann. Nee. Okay, ich kann da noch nicht runter. Ah. Mensch, ey. Merkt ihr nicht, dass ihr mir auf die Nerven geht? Hallo. Hallo. Ich bräuchte eventuell ein bisschen Energie. Ich weiß nicht, ist da jetzt auch noch geschaltet? Bin ich mit hier hin? Ja. Okay. Und nichts, sie weg hier. Okay. So. An dieser Stelle werde ich jetzt trotzdem kurz Pause machen. Das Kapitel ist schon noch nicht beendet, aber das Level ist mir doch etwas, ist doch etwas länger als gedacht. Ähm, ja. Ob wir Mary Jane finden, ob wir Venom endgültig stoppen können, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wer es wissen will, bleibt dran. Ciao. Ähm, ja. Jetzt. Scheiße. Ciao. Ciao.